Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin's Wilma, euer Ganschott und ja, wir sind wieder bei The Division. Diesmal ein etwas anderes Video und zwar mehr ein Informationsvideo. Ihr habt mich des öfteren gefragt, was für ein Bild ich denn überhaupt trage in der Dark Zone. Sowohl im PvE, ja, ich benutze im Endeffekt mein Bild, das ich trage im PvE sowie im PvP. Ich habe mir da jetzt nicht extra was zurecht geschustert, weil ich finde, dass dieses Bild doch, ja, eigentlich für beide Sachen sehr gut einsetzbar ist und ich damit bisher auch wirklich immer am besten gefahren bin, vor allen Dingen, weil ich mehr Wert auf den PvP-Teil in The Division lege anstatt auf den PvE-Teil, weil den haben wir ja auch in der Dark Zone zur Genüge. Aber kommen wir einmal zu meinem Bild und fangen wir einmal an. Okay, ihr seht jetzt in der groben Übersicht das, was ich jetzt trage. So würde ich im Endeffekt zum Beispiel in die Dark Zone gehen. Wir nehmen uns einmal die Waffen vor. Ich habe eine AUG-A3P-Taktik und zwar ist das ein Roll, den ich im Endeffekt aus dem Blueprint, den wir jetzt am, ich weiß gar nicht, am Samstag gekriegt haben, den habe ich mir gekauft und habe dann einfach ein paar Mal gerollt. Ein paar Mal ist gut, mittlerweile sind es 65 Versuche, meine Freunde, und wir gucken uns diese Waffe einmal näher an. Ja, kritische Trefferchance, 25% habe ich ganz gut rausgerollt. 11,7k Waffenschaden ist natürlich alles mit den Mods zusammen, ist auf jeden Fall echt ein guter Wert gewesen. Jetzt kommen wir zu den Talenten, wo ich leider sehr enttäuscht war. Ja, ich habe Tödlich drauf, das war ein Must-Have, das wollte ich unbedingt drauf haben, wegen der kritischen Trefferchance. Ja, die habe ich bekommen, dann präpariert, ja, kritische Treffer mit dieser Waffe heilen den Anwender mit 3% des zugefügten Schadens. Es ist an sich gar nicht schlecht. Ich sage jetzt einmal dazu, warum ich diese Waffe überhaupt trage. Insgesamt war sie von diesen ganzen Rolls, die ich gemacht habe, tatsächlich die Talentbeste. Ja, ihr glaubt es nicht, aber wirklich, ich bin leicht ausgerastet, als wirklich diese ganzen Versuche ins Nirvana verlaufen sind. Ich habe gerade, glaube ich, 5 Rolls sind auch wirklich mit Tödlich rausgekommen als Talent. Ja, und ich nehme mir jetzt vorlieb damit, einige Fragen jetzt, warum präpariert? Ja, präpariert könnt ihr euch selbst, ja, ausrechnen. 3% des zugefügten Schadens, also die halt kritische Treffer sind, die kriege ich im Endeffekt als Lebenspunkte dazu. Ich habe mir das alles ausgerechnet und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jeder zweite Hit kritet, dann mache ich mit jedem zweiten Hit 900 Lebenspunkte wieder gut. Und was wirklich, weil gerade dieser AUG zur Zeit echt hammerkrittet in der Dark Zone, macht das doch schon einen kleinen Vorteil. Ich sage mal, ihr seid im PvP und hittet den anderen und kriegt halt kontinuierlich immer ein bisschen Lebenspunkte wieder. Das kann durchaus sehr hilfreich sein, gerade weil ihr kontinuierlich dadurch, dass ihr Schaden macht, auch gleichzeitig geheilt werdet. Und ja, im PvE sowieso, gerade dadurch, dass die Mobs immer noch mehr kassieren, kriegt ihr natürlich auch mehr Lebenspunkte wieder. Wie gesagt, 900 Lebenspunkte kriege ich pro kritischen Treffer circa, wenn die ganz normal hitten. Und ja, das ist im Endeffekt das, warum ich jetzt das so mitgenommen habe, begabt. Und ja, shit, brauche ich nicht. Quatsch, crap, brauche ich überhaupt nicht. Vor allem den Wert von 2.579 Energie, ja. Aber wie gesagt, das ist zur Zeit leider Gottes die beste AUG, die ich mir rausziehen konnte. Ich habe noch eine 182 AUG, zu der kommen wir gleich. Die habe ich eigentlich auch eine ganze Weile getragen. Einmal zu dem Bild, was ich gerne hätte. Ich hätte gerne tödlich und im Endeffekt kompetent, also das heißt, dass der Waffenschaden für 10 Sekunden um 13,5% erhöht wird. Und dann noch empfänglich, dass der Waffenschaden bei einer Entfernung von unter 10 Meter zum Ziel auch nochmal um 13,5% erhöht wird. Das ist natürlich ein Damage-Bild an sich, aber gerade für die PvP-lastigen unter euch, so wie mich halt auch, ist das wirklich absolut geil. Den Waffenschaden, ich weiß, viele sagen immer, das könnte man, das könnte man, ja. Aber im Endeffekt zählt der Damage. Ich meine Leute, 27% mehr Waffenschaden, wenn ihr einen Skill eingesetzt habt und dann euch noch, wie eigentlich immer im PvP, unter 10 Metern zum Feind befindet. Ja, das haut die wirklich aus den Latschen. Glaubt mir das? Wenn ihr dieses Bild irgendwie haben solltet, probiert es einfach mal aus und ich wette mit euch, ihr seid sehr zufrieden damit. So, kommen wir einmal zu dieser anderen Aug, zu der alten Aug. Ihr seht selbst, 11,2k Schaden, 23,5% kritische Trefferchance. Ja, jetzt haben wir hier natürlich noch die alten Talente. Tödlich, empfänglich, schon sehr geil beides. Und dann Kenner. An sich echt nicht schlecht. Leider nur 5 Sekunden um 8% ist an sich echt gut. Ich habe das alles natürlich schon ausprobiert und bin auf dem Schießstand definitiv mit der anderen Aug auf einen höheren Schaden gekommen. Bei unter 10 Metern hat die Aug mit 182er Wert hier zwar etwas besser abgeschnitten, aber nur so geringfügig, dass ich doch sagen kann, ich nehme die 204er und kriege dafür halt Lebenspunkte wieder. Ja, und das mit den hier, die 8% mache ich auch ganz gut wett, weil Tödlich auf dem anderen halt 1% mehr hat, nämlich 27 anstatt 26% wie hier und 1,5% so schon nochmal kritischen Trefferchance dabei. Ja, das war die Aug. Kommen wir zu Sockum. Ihr seht selbst, ich habe mit Waffen noch nicht großartig Glück gehabt. Ich habe eine Aug mit 157% Kopfschussschaden. 46,3k Waffenschaden mit den ganzen Mods, die ich dran habe. Ja, als Talent haben wir nachtragend. Und tödlich und mit kühlem Kopf. Ihr merkt selbst, da ist wieder eins bei, was ich nicht gebrauchen kann. Ist auch wieder kein Roll gewesen, sondern ein Drop in der Dark Zone. Der beste Drop, den ich bis jetzt hatte. Und Leute, ich verbringe wirklich viel Zeit in der Dark Zone. Die Dark Zone mag mich einfach nicht. Also ich droppe wirklich eigentlich nur Crap. Und ich bin froh, wenn ich wirklich das mit den Rolls langsam mal hinkriegen sollte. Kommen wir einmal zu den Mods. Als Mods habe ich drauf, einmal das Pro-Reflex-Visier mit 21,5% Kopfschussschaden. 7,5% kritische Trefferchance. Dann das erweiterte Magazin mit 104% Magazingröße und 28,8% Feuergeschwindigkeit. Ich weiß, jetzt sagen einige von euch, warum denn kein Waffenschaden? Ja, liebe Leute, ich habe das auch schon mitgekriegt. Einige nutzen halt Magazingröße und Waffenschaden bei den SMGs. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich doch die Feuergeschwindigkeit im Praxistest, gerade in der Dark Zone, mehr bevorzuge als den Waffenschaden. Also der Waffenschaden, ich hatte natürlich auch schon ein Magazin mit Waffenschaden drauf. Es hat sich nicht so durchgesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bleibe lieber bei der Feuergeschwindigkeit. Ja, bei dem angewinkelten Griff, den habe ich hergestellt, 32, nee, Quatsch, bei dem Griff, ja, den habe ich auch aus der Dark Zone. 32% Stabilität, 21,5% Präzision, ist sicherlich nicht das Beste, aber vorerst das Beste, was ich leider Gottes getroppt habe. Mündungsfeuerbremse, 36% Stabilität und 33% kritischen Trefferschaden. Die habe ich gerollt ohne Ende aus einem Blueprint aus der Dark Zone natürlich mit Level 32er Energielevel, ne. Also das hohe, das ihr im Endeffekt ja als Blueprint in der Dark Zone erwerben könnt. So, kommen wir zu den Mods der Socke. So, da haben wir immer die Zieloptik MK5, 15-fach. Die habe ich gedroppt in der Dark Zone mit 21% Kopfschussschaden und 7,5% kritische Trefferchance. Dann haben wir noch ein Hochgeschwindigkeitsmagazin mit 7,5% kritische Trefferchance und hier 13% Waffenschaden, weil hier brauche ich wirklich keine Feuergeschwindigkeit. Viele sagen jetzt, ja, warum hast du denn, bitteschön, keine Magazingröße und Waffenschaden draufgenommen? Ja, das aus dem folgenden Grund, weil ich der Meinung bin, gerade bei Snipergewehren oder der M1A ist es halt so, dass ihr kontinuierlich eh schon einen relativ geringen kritischen Trefferschancewert habt. Und den wollte ich einfach nochmal pushen, indem ich das durch das Magazin mache, um so natürlich auch wesentlich öfter zu kritten und ihr wisst selbst, mit der Sniper und mit der Socke überhaupt, sind die Crits echt bombastisch. Vor allen Dingen Crits auf den Kopf, dann haut ihr manchmal wirklich die Gegner schon per One-Shot einfach mal ins Bodenlose. Kommen wir einmal zum vertikalen Griff, den habe ich selbst gebaut, Wolfsgrau, 37% anfängliche Stabilität und 22,5% Präzision. Mündungsfeuerbremse mit 34% Stabilität und 33% kritischen Trefferschaden. Ja, das ist so mein Waffenbild, ich weiß nicht, ob ihr unbedingt jetzt die Pistole noch sehen wollt. Ich habe die M45A1 mit Attachments, 14,7k Waffenschaden, Talente, ja gut, Experte ist klar, kennt ihr, habt ihr so gut wie auf jeder Pistole. Und tödlich, da hatte ich halt Glück in der Dark Zone wieder. Und hier gucken wir uns dann einfach auch nochmal schnell die Mods an, die hier nichts Besonderes sind. Erweitert das Magazin mit 105% Magazingröße und 12% Waffenschaden, damit es halt auch ein bisschen reinhaut. Viele sagen jetzt, die SPM wäre doch wesentlich wichtiger. Ja, sehe ich an sich auch so, allerdings benutze ich diese Pistole so gut wie gar nicht und deswegen war es mir relativ egal. So, als, ja, einziges, was man eigentlich noch mit dran packen kann, ist halt der kleine Laserpointer in blau, den ich mir hergestellt habe, mit 21% Präzision aus der Hüfte schießen und 13,5% Präzision ganz normal. Also einfach bloß, damit da auch was dran ist. Den Kompensator habe ich hier noch dran, da habe ich auch wieder keine Lust gehabt, großartig was Neueres herzustellen. Wie gesagt, ich benutze die Waffe kaum und habe hier halt bloß 28,5% horizontale Stabilität und 16,5% Präzision. Ja, liebe Freunde, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, welche Zusammenstellung an Waffen ihr eher bevorzugt. Ob ihr sagt, pass auf, die und die Talente nehme ich lieber auf der AUG, auf der Sockum und so weiter aus dem und dem Grund. Ich bin natürlich immer für Neues offen und lasse mich da auch einfach mal gerne etwas nicht beraten. Ich würde sagen, ich lege viel Wert drauf, welchen Eindruck ihr davon habt, was ihr für Eindrücke in der Dark Zone damit sammeln konntet. Und vor allen Dingen interessiert mich, benutzt ihr die Pistel oder würdet ihr auch sagen, eher nicht oder nur, wenn wirklich mal, keine Ahnung, noch so ein ganz Fitzelchen fehlt und euer Gegner im Endeffekt dann auch mit der Pistel niedergestreckt werden kann. Ja, schreibt es einfach mal ab in die Comments nach unten. Kommen wir einmal zu meinem Ausrüstungsbild. Ausrüstungsbild. Ihr seht jetzt selbst, ich habe 3 Teile Stürmer-Set, 2 Teile Ruf der Wache und einmal die Handschuhe mit dem Talent Wild. Das heißt 14% kritische Trefferchance, sobald das Ziel sich nicht in einer Deckung befindet, was halt auch im PvP meistens der Fall ist. 3 Teile Stürmer-Set ist klar, einfach aus dem Grund, wegen dem einmal 20% gegnerischen Rüstungsschaden und dem kritischen Trefferschaden, der beim dritten Set Bonus kommt. Dann haben wir, ja, Ruf der Wache ist auch wieder klar, wegen dem, na, hier wollen wir hin, wegen dem 30% Kopfschuerschaden. Und hier habe ich im Endeffekt Taktik-Handschuhe oder beziehungsweise taktische Handschuhe mit Wild, ne, kritische Trefferchance, habe ich eben schon erzählt. Und ja, das ist im Endeffekt das Bild. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich natürlich hier immer noch 240er Sachen von den anderen Sets habe oder von einigen. Natürlich möchte ich, wenn ich ein neues Teil kriege und das vom Roll her wesentlich besser sein sollte, als das, was ich vielleicht gerade anhabe, möchte ich die Freiheit besitzen und durchswitchen können. Sagen wir mal, ich kriege bessere Knieschoner, dann, also Stürmer-Knieschoner, dann möchte ich die Stürmer-Knieschoner austauschen können und mir zum Beispiel einfach dafür dann das Holster, als Ruf der Wache Holster anziehen können. Dementsprechend habe ich das dann immer so und bin flexibel, ohne dass ich dann wieder großartig auf Loot-Tour gehen muss. Gehen wir jetzt einmal die einzelnen Stuts noch durch, die euch auch bestimmt interessieren. Wir haben hier, ja, nicht immer das perfekte Bild. Ich habe 586 Rüstung, weil 716 Ausdauer, natürlich kommt da die Mod noch mit dazu, 13% exotische Schadenminderung, 44% Kapazität Munition, was nebensächlich ist, aber ich konnte das leider nicht mehr wegrollen. Ähm, da ich im Endeffekt glaube ich, äh, auf Rüstung oder auf irgendwas habe ich im Endeffekt umgerollt. Ich weiß es nicht über den Mod-Platz, kann alles sein. Ähm, 8,5% Impulsgeber-Wirkzeit, durchaus nützlich für viele, die von euch den Scan benutzen, den ich natürlich hauptsächlich in der Dark Zone halt benutze, um natürlich auch meinen kritischen Trefferschaden und die kritische Trefferchance zu pushen. Und halt den Mod-Platz, der bestückt ist mit einem Prototyp, einer Ausdauermod und 148 Rüstung, um natürlich auf meinen Rüstungs-Cap von, äh, 75% zu kommen. Ja, hier haben wir die Maske, exotische Schadenminderung, 7% gegnerische Rüstungsschaden und Haftgranaten-Explosions-Radius. Ja, ihr merkt selbst, da ist immer ein bisschen was dabei, was im Endeffekt nicht dazu zählt, was ich haben möchte, aber ihr kennt das selbst, einen perfekten Roll findet man nur sehr, sehr schwer. Ja, so, hier haben wir im Endeffekt einmal, genau, Schusswaffen-Mod mit 1594 Fertigkeitenstärke, einfach aus dem Grund, dadurch, dass ich natürlich auf keinem Teil außer dem Holster Elektronik habe und auch eigentlich gar nicht haben möchte, versuche ich das natürlich durch die Mods ein wenig hoch zu pushen, um mich trotzdem gut vollheilen zu können, die Überheilung nutzen zu können und natürlich auch meinen Scan wesentlich effektiver zu machen. Also, deswegen empfehle ich euch auch da, bei den Mods, wenn ihr nicht unbedingt den Rüstungswert braucht, ist der nächste, wesentlich wichtigere Punkt die Fertigkeitenstärke, die ihr dadurch pushen könnt. So, kommen wir zu den Knieschonern. Da haben wir einmal 19% kritischen Trefferschaden, Rüstung ist auch noch mit drauf. Äh, warte mal, halt hierhin. Da haben wir jetzt einmal die Knieschoner. Hier haben wir drauf im Endeffekt 323 Rüstung, 18% kritischen Trefferschaden. Ja, jetzt kommen die geringeren Attribute, die natürlich auch bei gerade den Knieschonern durchaus effektiv sein können. Widerstand gegen blutende Bunten, desorientiert Widerstand und der Schockwiderstand. Natürlich kann da jeder die Zusammenstellung wählen, wie er selbst möchte. Das ist jetzt bei mir ein Zufallsroll. Ich hätte mir, glaube ich, eher Feuerwiderstand gewünscht und hier unten natürlich wieder irgendwas mit einem Impulsgeber. Aber, naja, man kann halt nicht alles haben. Der Rucksack sieht wie folgt aus. Wip, da haben wir einen kritischen Trefferschaden, Kapazität Munition. Das ist auch wieder nicht beabsichtigt gewesen, aber das könntet ihr euch denken. Befestigungsschadenssteigerung, Erste Hilfe Selbstheilung. Auch keine Rolls, die ich mir ausgesucht habe, aber einfach bisher das Beste, was ich kriegen konnte. Als Mod haben wir hier wieder die Rüstung drauf und genau so komme ich dann im Endeffekt auf meine 75% Rüstung. So, sind wir über den Handschuhen angekommen. Da habe ich die taktischen Handschuhe, wie gesagt mit Wild, 36% kritischen Trefferschaden, 6% kritische Trefferschance, 420 MP-Schaden und ja, gut, wieder den Haftgranatenschaden. Zum Holster haben wir immer das Holster des Stürmers mit 504 Rüstung. Befestigungswirkzeit auch wieder nicht das Optimalste, aber ich habe alle drei Werte drauf, also Schusswaffen, Ausdauer und Elektronik. Komme so auf ziemlich gute Werte und ja, als 240er hat mir das eigentlich auch so ganz gut gepasst und war bisher auch das Beste, was ich kriegen konnte. Und so ergibt sich dann alles in allem, wenn wir dann jetzt hier vielleicht auch mal die Primärwaffe wieder zu Augen machen. Eine Primär-SPS von 237.540, eine Zähigkeit von, ja, die haut nicht hin. Ich weiß jetzt nicht, was hier schon wieder los ist. Warte, wir gucken mal. Ich komme, da war sie eben. So. Mein Gott. Ich komme auf eine Zähigkeit von 322.080. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier schon wieder rumspinnt. Das nervt wie Sau, dass die das einfach nicht geschissen kriegen. Aber Leute, ihr kennt das selber. Wie gesagt, 237.540 SPS. Zähigkeit bin ich bei ca. 322.080. Die Fertigkeitenstärke stimmt soweit. Ja, meine Freunde, an sich habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch, für die, die es immer noch nicht wissen. Eins möchte ich euch zeigen, und zwar folgendes. Ihr seht jetzt, ich habe in meinem aktuellen Bild, wenn ich jetzt hier rangehe, wups, 1158 Munition, ja, plus das, was im Magazin ist. Ihr könnt das ganz einfach steigern. Das beste Bild, um eure Munition aufs Maximum zu bringen, ist folgendes. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass diejenigen unter euch Season Pass haben, diejenigen unter euch, die Season Pass nicht haben, sollten einfach beim Rucksack darauf achten, dass sie einen Rucksack dabei haben, der möglichst viel Kapazität Munition dabei hat. Die Season Pass Besitzer besitzen den Polizeirucksack. Dieser hat 75% Kapazität Munition. Anlegen. So, bei der Brust einsamer hält Hanisch. Und mit 47%. Einfach aus dem Grund, weil wir haben jetzt hier den zweiten Set-Bonus. 100% Kapazität Munition. Wenn ich jetzt noch meine Handschuhe wechsle, auf einsamer hält Handschuhe, und folgendes tue, aufmachen, schon bin ich bei 1932 Munition, plus dem, was im Magazin ist. Und so halte ich wesentlich länger in der Dark Zone aus, ohne vorher wieder an ein Safe House ranzumüssen. Jetzt switche ich das einfach mal wieder zurück, weil folgendes nämlich, liebe Leute, ihr habt trotzdem die Munition noch. Also ihr braucht das lediglich dann, wenn ihr auffüllt, einfach nur kurz switchen, wieder zurück switchen zu eurem Bild, mit dem ihr in die Dark Zone wollt, oder überhaupt rumlaufen möchtet. Und ihr habt trotzdem diese hohe Munitionskapazität. Ja, jetzt kommen wir nochmal zum anderen, und zwar ist das auch wieder die Frage, warum hast du sieben Erste-Hilfe-Packs? Ja, die habe ich ganz einfach, auch wieder Season Pass-Besitzer haben den Erste-Hilfe-Rucksack anlegen. Der hat nämlich, huch, jetzt habe ich es übersprungen, der hat nämlich, der hat nämlich Kapazität plus zwei Erste-Hilfe-Sets. Das heißt, ich kann jetzt meine fünf steigern auf sieben. Und hier gilt dasselbe Prinzip wie bei der Munition eben, einfach zurück switchen, und schon habt ihr trotzdem euer Bild, wie ihr es anziehen wolltet, an und habt trotzdem im Endeffekt die gesteigerten Kapazitäten. Ihr seht an sich an Fertigkeiten, was ich benutze, ja noch, was ich drin habe, ist klar, Überheilung, Schild, und im Endeffekt den Scan. Eins mache ich jetzt noch kurz für euch, oder gehe ich noch kurz mit euch durch, bevor die Frage auch wieder auftaucht. Und zwar geht es einmal um die Charakterwerte. Ja, Schusswaffen 3.195, ich komme auf 80.520 Lebenspunkte, und so weiter, 11.830 Fertigkeitenstärke, plus die Mods, wie gesagt, auf 13.424. Jetzt kommen wir zu den Waffen. Gehen wir einmal nach den Waffenschaden. Kritische Trefferchance von 38,5%, den kritischen Trefferschaden von 207%, Kopfschussschaden von 58%, Präzision 78%, Stabilität 49%, Reichweite 60 Meter, Nachladezeit 3,5 Sekunden, ach so, das bezieht sich jetzt natürlich alles auf die Auge, ne, nicht, dass wir da jetzt was verwechseln. Gut, ich scroll einfach weiter runter, Schadensbonus für MPs, Kampf, das könnt ihr euch alles so ein bisschen durchschauen, gegnerische Rüstungsschaden bin ich auf 27%, so, hier ist die Gesamtfertigkeitenstärke, Überlebensfähigkeit, Zähigkeit hatten wir schon, so, wir haben jetzt hier, Rüstung seht ihr selbst, dämpft 75%, Waffenschaden, Lebenspunkte, Regeneration, etc., PP, exotische Schadenminderung, Widerstand gegen blutende Hunden, und so weiter, und so fort, ich scrolle das einmal kurz von oben nach unten durch, und wir sind eigentlich auch schon beim Ende angekommen, des Interessanten, Ups, so lassen wir das, ja, am Schluss möchte ich euch noch sagen, falls euch natürlich aufgefallen ist, warum hat der so wenig Kohle in der Dark Zone, wenn er doch andauernd das spielt, ja, ihr könnt es euch bestimmt denken, ich habe natürlich, weil ich Waffenmaterialien brauchte, vor allen Dingen Werkzeuge, die einfach viel zu schwer zu kriegen sind, ähm, ganz viel Kohle in der Dark Zone gelassen, um mir diese kleinen, ähm, wie soll man sagen, Mods zu kaufen, die ich dann natürlich zu Waffenteilen zerlegen kann, und so habe ich dann einfach mal eben schnell am Samstag ca. 2,4 Millionen ausgeprasst, um natürlich die ganzen Versuche auf die AUG zu starten. Genauso verhält es sich mit den Phoenix Credits, auch dort habe ich einfach die Waffen rausgekauft, um sie dann zu zerlegen, und ja, als Waffenteile zu verwenden, weil ich zur Zeit überhaupt keine Verwendung habe für diese Phoenix Credits, und man sie einfach auch viel zu schnell bekommt. Ja, nichtsdestotrotz haben die ganzen Versuche bei der AUG noch nicht gefruchtet, und ich halte euch auf dem Laufenden, ob ich denn das irgendwann mal hinbekomme, oder vielleicht habe ich Glück in der Dark Zone, und es droppt endlich mal etwas, das ich gebrauchen kann. Wie gesagt, haut mir sonst mal in die Kommentare, wie viel Glück ihr in der Dark Zone habt, ob ihr beim Rollen wesentlich besser gelaufen seid, was das Ausrollen eines perfekten Waffentyps für euch aussieht, oder ob ihr sagt, ihr habt genauso viele Probleme. Wie gesagt, ab in die Kommentare. Ja, meine Freunde, damit sind wir jetzt auch am Ende angelangt. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten, hoffe, ich konnte eure Fragen damit beantworten, hoffe natürlich auch, dass das Video nicht zu lang geworden ist, und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Freunde, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, falls nicht, wie immer konstruktive Kritik in die Kommentare, und ansonsten sehen wir uns bald wieder in der Dark Zone, und euer Gunshot. Are you listening? Bis zum nächsten Mal.